Ich kann mich noch genau an das erste Mal erinnern. Es war Herbst. Hunderte Male bin ich an dieser roten Schranke vorbeispaziert, ohne sie zu sehen. Sie versperrt einen Weg, der ins Nichts zu führen schien, zu einem bedeutungslosen Stückchen Wald. An diesem Tag stand die Schranke offen, was meine Neugierde weckte, und so ging ich in diese Richtung. Aus der Ferne dachte ich, sie wären zu zweit. Es faszinierte mich, wie diese ratternden Maschinen, die den Vögeln Angst einjagt, zu meißeln, zu scheren wurden, um zu schnitzen, pfeilen und zu streichen. Ich blieb bis zum Abend. Dies war meine erste Begegnung mit Nunu. Nunu ist Holzfäller bei der Naturverwaltung. Diesen Wald kennt er sehr gut. Er ist beauftragt, ihn zu fliegen. Er weiß genau, wie viele Jahre ein Baum benötigt, um zu wachsen, aber nur einige Minuten benügen, um ihn in einen leblosen, ausgerengten Hampelmann abzusägen und zu zerlegen. Ist dies vielleicht seine Art, um Vergebung zu bitten? Denn mit den gleichen Geräten, Handgriffen und Leidenschaft erweckt er den Baum zu einem neuen Leben. Was geht nur vor im Kopf eines Holzfällers? Eines Tages, ohne Skizze, Plan oder Zeichnung, fing Nunu an zu schnitzen. Seine Erklärung dazu ist, es kommt einfach so. Am nächsten Tag ging ich wieder dorthin. Wie eine Einladung stand die Schranke offen. Ein Fuchs wurde aus einem Holzblock geboren. Als würde sich das Holz in Lehm und Ton verwandeln. Es kommt einfach so. Das Augenlicht erhellt. Es kommt einfach so. Durch sein Talent ist Nunu schon im ganzen Land bekannt. Seine Skulpturen sind Schmuck vieler Dörfer und Festlichkeiten. Es kommt auch vor, dass er noch stehende Bäume bearbeitet. Aber ich besuche ihn viel lieber auf seiner Lichtung, in seinem Künstleratelier, dort wo Wildschweine und Trähe im Verborgenen entstehen. Oft komme ich vorbei bei geschlossenen Schranke in Abwesenheit von Nunu, streife umher, rieche den Geruch des Sägemehls und entdecke die verschiedenen Gestalten, die aus den enormen Stämmen entstehen. Manchmal vermeide ich die Schranke durch quere Freude in den Wald, aber immer auf der Lauer nach dem Geräusch der Motorsäge in der Hoffnung auf die Entdeckung einer neuen Skulptur. Letzte Nacht hat es geschneit und so muss ich das Ende des Winters abwarten, um wieder zur Lichtung zu kommen in diesem kleinen, bedeutungslosen Stückchen Wald. Untertitelung des ZDF, 2020